heute probieren wir mal werden bestimmt viele von euch nicht mögen poker classic aber erinnert mich erinnert mich immer an dieses poker von kommen gerade nicht auf american poker und das habe ich früher oft gezockt fand ich auch mal geil auch wenn man da nie gewinnen konnte mal habe ich gedacht kloppen wir das hier mal ein bisschen das positive hier gibt es ja noch ein paar lighten spiel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020